Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die offene Rehnbahn in Hörlika ist einfach cold! Wir sehen uns! Nein, das ist Radio! Hoi zusammen, da ist der Franco Marvoli! Ich sage es doch immer wieder, die offene Rehnbahn in Hörlika ist einfach cold! Einfach cold! Am 7. August gibt es wieder einen Hammer Radsportabend. Die Schweizer Meisterschaft von der Steher ist angesagt. Und am gleichen Tag ist auch das Harley-Treffen ein Richtungsfest mit 200 Maschinen. Übrigens, die gemütliche Gartenbeize... Der grosse Grill ist übrigens schon um halb vier weinste Scheiß. Übrigens, die gemütliche Gartenbeize mit der grosse Grill ist dann schon um halb vier offen. Wir sehen uns! Wir sehen uns! Nein, wir sehen uns! Ich mache es nochmal! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns gefälligst! Chill! Wir sehen uns jetzt aus. Ja, wir sehen uns schon ein paar Tage ... Wie? Ja, ich habe es schon mal gesagt! Die offene Rennbahn-Zörnike ist KULT! Am Dienstag, 17. Juli, der Brom zum Preis wieder gewaltig. Bei der Schneer trifft die Weltelite auf die besten Schweizer. Hinter den schweren Dörfern jagen Radrennfahrer mit bis zu 75 kmh hinten rein. Die gemütlichen Gartenbeizen mit den grossen Grills sind schon ab den 5 Uhr offen. Und wer nicht kommt, ist selber schuld!